Wir beide gehen richtig schön essen. Wir gehen in ein richtig schickes Restaurant, möchte ich dazu sagen. Das ist jetzt nicht irgendwie... Schickes Restaurant? Wir gehen in ein schickes Restaurant, ja. Und zwar bei einer Männerrunde Abend. Da muss man ja schon ein bisschen so gucken, wer ist der Platzhirsch. Und was könnte besser passen als Stallion Soul. Und Stallion Soul von Oja. Das ist ein gut tagbarer Duft. Man kann entweder wählen zwischen hier dem Spray oder man hat auch hier das Öl als Roller. Ja, da denkst du schon wirklich... Das ist schon Männerduft, ne? Ja, ja. Aber nicht zu aneckend. Das ist jetzt nicht so, wo du sagst, der ist super polarisierend. Das beschreibt wirklich den so bei einer Männerrunde, ein gutes Restaurant. Zum Date würde ich jetzt was anderes nehmen. Aber wenn du so als Mann unterwegs bist, eine Frau wird das auch gut finden. Aber es ist jetzt nicht darauf ausgelegt, sagen wir mal jetzt unbedingt so auf Jagd zu gehen. Da kommen wir auch gleich noch zu. Ja. Okay, geil.